Ich bin's wieder, euer Mekade, ja, und das wird ein Let's Play zu Gate 3 und online, zusammen mit dem Sildo-HD, aber der kann, äh, Dennis, die hören dich nicht. Doch, Dennis, bei dir war der Lautsprecher an, also mit den Balken, hä, ich mach, ich mach, also ein Minecraft-Video, äh, free, also free Minecraft-Videos. Ich spiel, Leute, ich spiel grad online mit meinen, äh, Freunden, und das ist free Skate, also da kann man einfach nur so Tricks machen, also wie man, was kann man machen, wie man will, und dann lauf ich hier einfach weg und hab meinen Skateboard weggeschmissen und, Leute, ich zeig euch mal, was witzig ist. Guck mal, hier. Nein, Skateboard, nicht. Oh, fuck. Nein, nicht. Jetzt ist das da runtergeflogen und eine Minute später. Fiuu. 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 Oh, fuck. Äh, Dennis, kannst du mir das grad mal übersetzen? Ah, Leute, ihr hört die, äh, zwei nicht, weil, ähm, ich hab, ich hab ja sonst Videos gehört, äh, gemacht, da, wo man die anderen auch hört, aber, dies war nicht, weil der, der, Silto, weil der Silto hat eh sich schweigert, lauter zu reden. Deswegen hört ihr die nicht, weil, ich mein Herz jetzt da noch, äh, hab ich angeschaut. Yes. Ja, und ich rede manchmal Englisch, weil wir haben noch einen Engländer mit in der Gruppe, das ist der, mit dem Fan am Ende, das ist hier der. Yes. Äh, äh, Dennis, wir machen noch, wir machen noch, das YouTube-Video kommt doch bei dir nachher, von Minecraft, von dem Projekt. Äh, Dennis, äh, also, beziehungsweise, Silto hat eh, äh, ähm, du legst doch sicherlich dein Headset sofort, in die Kamera rein, gell? Ja, dann können wir doch, dann, dann, dann hören uns die Zuschauer auch dann. Ähm, Ja, das, äh, äh, ähm, äh, wie heißt nochmal später auf Englisch? Ähm, Wie heißt nochmal später auf Englisch, äh? Nein, dann ist später, äh, ähm, Warte, wie, du hast doch gesagt, um, 19 Uhr hast du doch gesagt, dass du das Video machst, ungefähr, gell? 19, äh, hau aus. Hau aus. Das ist voll niedlich. Ja, aber Dennis, Dennis, das kommt ja erst um 19 Uhr, geht das Projekt ja erst weiter. Das geht jetzt... 19, äh, hau aus, Projekt, äh, Projekt. Hat der gerade Deutsch gesprochen? Der hat doch gesagt, dann, okay. War auch Deutsch. Hä, das hat sich an, das hat sich angehört, wie, dann, okay. Hast du das nicht gehört? Oh, sorry, sorry. Ey, 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 Dennis. Ey, ey, Dennis. Der, der fährt so die Rampe hoch. Ich komm so von gegenüber. Ich kam so vom Marker, fahren in die richtige Richtung. Und der Daniel so, dann hab ich den voll weggerammt, dass er weggeflogen ist. Oh, oh, die Hälfte ist schon vorbei, von der, ist schon, fünf Minuten ist schon vorbei, alter. Ich kann nur noch fünf Minuten aufnehmen, scheiße. Leute, das wird auch wahrscheinlich ein Zweiteiler-Video, weil, pfff, es wird in zwei Teile geteilt und hier, das ist gerade mal der erste Teil und wahrscheinlich machen wir dann noch eine Online-Challenge und da wird noch ganz viel passieren. Gern, Dennis, da wird noch ganz viel passieren. Ähm, Dennis, du willst schon, wenn wir telefonieren, wird meine Aufnahme beendet. Dennis, da wird meine Aufnahme beendet. Ja, wenn du mich anrufst, dann wird meine Aufnahme ja automatisch beendet. Also mich nicht anrufen. Yes! Nein! Nein! Daniel hat sich irgendwo versteckt. Ich geh mal zu Fuß. Ja, äh, wir, äh, wir, äh, play'n with you, äh, ähm... Nein, 19 Hours. Okay... Okay... Dennis, wir gehen, wir gehen aber in die Projektwelt. Ähm, äh, Leute, wahrscheinlich kommt noch nachher beim, äh, Zildo hat den... Ich werde mitten im Satz unterbrochen. Ähm, und, ähm, ja... Nachher kommt vielleicht noch ein Projektvideo beim Zildo HD. Ja. Welchen Klitsch? Ja, welcher? Ja, den kenne ich auch, den Klitsch. Ich weiß, das hat doch einmal der Askalter gemacht. Ja... Ja, aber egal, wenn man in Kreativ-Mode ist. Wie viel? Boah, Daniel, not, äh, ey, auch... Ey, Dennis, wie der ausrastet, der will die ganze Zeit mit uns Minecraft spielen, ey. Kommt, Dennis, sag, das kommt ja noch. Also, wir spielen noch, Alter. Ja, Leute, und das war's auch für heute. Ja, Leute, und das war's auch für heute.